Für mich sind diese Bilder immer wieder atemberaubend. Untertitelung des ZDF, 2020 Bilder von meiner erfolgreichsten Saison. Zwölf Rennen habe ich in diesem Jahr gewinnen können. Ob ich im nächsten Jahr meine Titel werde verteidigen können, weiß ich natürlich nicht. Versuchen werde ich es auf jeden Fall. Ja, liebe Mädchen und Jungen, schönen Dank nochmal, dass ihr mich gewählt habt. Etwas möchte ich zum Schluss noch loswerden. Wenn ihr am Motorrad interessiert seid, dann meldet euch bei einem der vielen Vereine. Fahrt im großen Verkehr nicht ohne Führerschein. Und wenn ihr einen Führerschein habt, das Wichtigste nicht vergessen, den Sturzhelm.